Jö, was geht, Alter? Jö, Kinder, grüß euch! Das Leben ist kein Homo! Freut dich, Osten! Jö, was geht? Der Ati ist da! Was, nicht Fleisch? Was? Nein, die haben Salmonellen! Haben die Salmonellen auch? Ach ja! Ich wehrt! Ich wehrt nicht mehr! Hallo, Jö, wer ist da gekommen? Hallo! Wenn der Ati durchsteht! Kannst du mir das erklären? Ich kann mich nicht wegbewegen von Flick! Ich hab jetzt mal gebraucht! Ich darf spielen, wenn alles vorbei ist! Wohlgebleiben! Wohlgebleiben! Ich bin ruhig! Warte, fühlst du dich auch nicht? Nein! Bist du sicher? Warte, du brauchst doch nicht viel! Spürst du mir umso mehr, Stefan? Wohlgebleiben! Ich kann mich nicht bewegen! Tschüss, tschüss, tschüss! Ich hab die Aufmerksamkeit! Warte, was sagst du dazu? Wie willst du dich rechtfertigen? Was machst du denn da? Was machst du mit dem Meg? Gespräche über Arschlöcher Was sagen sie dazu? Wohlgebleiben! Sprachlos! Stromaus voll! Scherz! Wohlgebleiben! Was hast du denn da? Ein Schwammer! Wohlgebleiben! Komm, das nächste Salami! Was soll ich denn? Wohlgebleiben! Wohlgebleiben! Scheiße! Ah, du drückst ja auf Aufnahme! Ah, du bist ja älter Martin! Elli! Du siehst du... Wohlgebleiben! 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 Greks... Die Tür! Na, jeder hat... Sah... Der habe�� Ich hätte ihn geschlagen ohne Scheiß. Warte... Ich hätte es! Es ist so gemütlich, wir entspannen und so. Es ist so entspannend. Es ist so entspannend. Es ist so entspannend. Ich bin in der Mond. 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 Schnell, schneller, langsamer. Nein. Nein. Ich bin zweimal versucht. Und zweimal bin ich am Loch gescheitert. Das heißt, ich bin besser geworden. Ja, das mit meinem einen Punkt, das checkst du halt nicht. Ja. Wenn ich schaffe, musst du es festhalten. Jetzt ist aber der Falsch zu hoch gestoppt worden. Ja, schon wieder. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Jetzt... Jetzt... Jetzt musst du aber dann zusammenschneiden. Jetzt... Okay, cool. Okay, cool. Jetzt kriegst du einen Blotjob. Los! Jetzt... Jetzt... Ich glaube, ich bin... Nein. Was ist jetzt? Nein, es ist auch kackt. Nein, es auch. Nein. Reboot ist zu geil. Das beste Spiel ever. Danke.